Na alle zusammen, mich hier ist wieder Heuchella und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs und zwar würde ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um ein Achievement hier in Revendreth und zwar sind wir einmal auf den Koordinaten 69, 53 hier in der Nähe der Hallen der Sühne und hier haben wir einmal das Achievement Grufttreter und für dieses müssen wir 50 Sühnengrüfte in Revendreth öffnen. Wie machen wir das? Und zwar brauchen wir erstmal einen Schlüssel dazu und zwar heißt der Sühnengruft Schlüssel und ich habe mir jetzt hier insgesamt 50 gefarmt. Das dauert tatsächlich schon ein bisschen, also ihr solltet da ein bisschen Zeit mitnehmen oder immer mal wieder ein bisschen Zeit haben. Wir machen das Ding auf und ihr seht, zack, einmal das Achievement ist aufgeploppt. Hier in diesen Grüften kann dann alles mögliche sein, wenn dann, man kann was looten oder es ist ein Gegner drin, den man unboxen kann, ein Händler kann da drin sein, es kann ein Follower drin, also keiner für den Missionstisch, sondern einer, der euch ein bisschen nachläuft, ein bisschen draufhaut. Also da gibt es verschiedene Sachen. Ich habe auch schon Transmog-Items rausbekommen, ist auf jeden Fall eine ganz nette Sache. So, ihr fragt euch jetzt sicher, okay, wo kriege ich denn diese Schlüssel her und wo kann ich die farmen? Im Endeffekt, kurz gesagt, hier in dem kompletten Bereich gibt es diese Schlüssel. Ich werde euch jetzt gleich nochmal ein bisschen genauer zeigen, wo ich sie gefarmt habe, wo man sie am besten farmen kann. Es kann sein, dass ihr diese Schlüssel nicht bekommen könnt, beziehungsweise nicht interagieren könnt. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Hier hängt eigentlich alles zusammen mit der Fraktion die Eingeschworenen und eventuell braucht ihr diese Fraktion, um das machen zu können. Das weiß ich jetzt nicht hundertprozentig. Solltet ihr diese Fraktion noch nicht freigeschalten haben, dann könnt ihr das tun, indem ihr hier hergeht und zwar auf die Koordinaten 72, 51 und dort könnt ihr eine Quest beginnen. Die schimpft sich unsere vergessene Bestimmung. Sind 10, 12, 13 Quests, irgendwie sowas um den Dreh rum und dann habt ihr die Fraktion soweit freigeschalten und dann müsste es auf jeden Fall gehen. Ich vermute aber, dass es sowieso hier funktioniert, ohne dass ihr die Fraktion freischaltet. So, theoretisch könnt ihr in diesem Bereich alle Mobs umhauen und diese Schlüssel bekommen. Die Mobs haben aber unterschiedliche Dropchancen. Es gibt Mobs, die haben bessere und Mobs, die haben schlechtere Dropchancen. So, die ganz normalen Ventier haben nicht so eine gute Dropchancen, aber diese Mobs hier, ich schimpfe jetzt einfach mal Gräber, haben eine bisschen erhöhte Dropchancen und ich zeige euch jetzt mal, wo ein bisschen mehr von diesen Gräbern rumlaufen. Natürlich nehmt ihr alle Mobs mit, die hier rumtigern. Ihr könnt leider nicht nur Gräber töten, zumindest habe ich versucht eine Route zu finden, wo ich nur die quasi effizientesten Mobs mitnehme. Die Respawn-Zeit ist aber hier nicht ganz so schnell. Dementsprechend macht es Sinn, dass ihr wirklich alles umholt. Also hier oben auf dem Dach, hier sind Gräber und hier in dem ganzen Bereich sind eigentlich relativ viele. Wir haben also hier im Dach ein bisschen was. Dann, was ich empfehlen kann, ist einmal hier runter und in diesen Keller gehen. Da brauchen wir jetzt nicht ganz reingehen, also hier den kompletten Keller auszuräumen. Dann hier rüber. Hier unten sind noch einige drin. Hier stehen auch noch ein paar Mobs, die alle schön mit reinziehen. Dann kann man hier eigentlich die ganzen Mobs relativ schön zusammenziehen. Hier sind jetzt ein paar tot. Aber diese Gräber hier bei Akuria, die spawnen relativ schnell nach. Wenn ihr jetzt, sagen wir mal, so einen Film anschaut, so einen AFK-Farm machen wollt, stellt euch einfach hier hin und killt einfach nur immer diese Gräber. Das könnt ihr auch machen. War mir ein bisschen zu blöd, weil man dann doch immer ein paar Sekunden warten muss, bis sie nachspawnen. Oder eine Minute, ich kann es jetzt nicht genau sagen. Auf jeden Fall spawnen die schneller als die anderen Mobs nach, aber nicht instant. Und hier haben wir dann auch noch ein paar Gräber rumstehen. Hier seht ihr die. Und hier hinten sind dann auch noch mal ein paar Mobs. Ich habe es am Schluss, jetzt Shadow melden wir das mal weg, ein bisschen eine größere Runde gemacht. Ich habe hier oben angefangen auf dem Dach. Habe quasi, oder hier angefangen, die Mobs hierher gezogen. Wecker-Eht, runtergesprungen in den Keller. Unten Wecker-Eht. Die Mobs hier auf dem Platz. Hier in das andere Ding reingezogen. Wecker-Eht. Bin hier runtergegangen, habe die ganzen Mobs zusammengezogen. Wecker-Eht. Hier unten alle Wecker-Eht. Dann hochgelaufen. Auf diesem Platz sind relativ viele Soventier-Mobs. Die habe ich auch alle umgeholzt. Und dann hier hinter, hier auf dem Platz alle gekillt. Und dann quasi hier wieder rum. Oft ist das noch nicht ganz respawned gewesen. Habe ich hier unten noch mal welche. Oder bin doch noch mal hier hinter und habe welche gekillt. Je nachdem, wie schnell ihr seid. Wenn ihr jetzt nicht ganz so schnell seid, dann müsste es eigentlich reichen, wenn ihr so die Route immer rumlauft. Hier habt ihr halt die effizientesten Mobs. Die spawnen aber nicht so schnell nach, dass ihr wirklich nur die farmen könnt. Okay. Das war soweit die Geschichten, die ich euch mitteilen kann zu dem Achievement. Ich wünsche euch viel Spaß. Ihr müsst da leider mehrere Stunden, würde ich sagen, bis ihr 50 Schlüssel zusammen habt, einplanen. Ihr könnt es aber verbinden mit dem Ruffarmen. Und zwar gibt es hier auch noch die Ruffraktion, die eingeschworen, die ich vorher schon angesprochen hatte. Und da muss man ja die Inquisitatoren töten. Da kann man nebenbei auch noch ein paar Schlüssel mitnehmen, wenn man das am Farmen ist. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachfarmen. Und dann sehen wir uns im nächsten Achievement-Video wieder. Eine Sache sollte ich vielleicht noch erwähnen, bevor ich mich jetzt ganz verabschiede. Das Ganze ist auch noch für ein Meta-Achievement gut. Und zwar eingeschworene der Anklägerin. Da braucht man drei Achievements, die alle in dem Bereich spielen. Und ja, eins habe ich euch, glaube ich, schon vorgestellt. Das andere mit der Absolulation werde ich auch noch ein Video basteln. Gut, jetzt verabschiede ich mich aber wirklich. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.